Zu diesem Ersteindruck, ich spiele die Demo von Ooze Odyssey. Leute, komm, was soll ich sagen? Es geht einfach los. Deckbilder, Open Booster Packs. Was? Wieso? Warum? Increased Damage? Okay. Wir spielen jetzt die Demo. Choose your starter weapon. Hinten, Bloodsword, Garlic-like Essence, Slime Wand. Was geht denn hier ab? Das sieht ja richtig krass aus. Warte mal, was muss ich aber machen? Oh, ist das creepy. Ach nee, so nehme ich Schaden. Ich weiß nicht, wie ich schieße. Wie, warte mal. Halt, stopp, jetzt rede ich. Erstmal. Und dann habe ich leider keine Controls. Also, der schießt von selbst, so wie es aussieht. Und ich steuere ihn. Aber das sieht schon abgefahren aus. Will ich nicht lügen, ne? Aber ich schieße nicht. Ich benutze W, A, S, D. Und muss eben dafür sorgen, dass ich ausweiche. Oh Gott, jetzt wird es aber ein bisschen schwieriger hier. Warte mal, ist das nur dieser Bereich? Oh. Reduce all weapon cooldowns by 10. Roll for damage. Slash to each side. Cleaning through enemies. Ah, cool, cool, cool. Ah, ich verstehe. Okay, okay. Das geht jetzt ab. Er hat was. Ist eher so Richtung Handyspiel, würde ich fast sagen. Aber... Gib ihm. Oh. Das ist das Spiel? So, wir sammeln mal noch ein bisschen was auf. Gib ihm. Sehr gut. Warte mal, die kleinen kann doch so überrennen oder was? Sieht so aus. Ach nee, die auch. Sword size by 100. Doppelt so großes Schwert. Äh, okay. Aua, aua. Gib ihm. Nochmal. Nee, nee, links. Oh, einer ist down. Da kommt Nachschub. Vorsicht. Nein. Das wird schwierig. Ich bin gleich down. Ich weiß auch nicht, ob ich Leben... ...regenerieren kann. Oh, oh, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's wirklich sehr knapp. Oh nein, ich bin down. Ah! Nochmal. Bestes Spiel aller Zeiten. Play. Play Demo. Roll for Damage. Ah, jetzt ist dieser Würfel da hinter mir. Okay. Was ist das denn? Das war Gold, oder? Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Hier runter. Yes. Sehr gut. Hier rüber. Au. Creased Damage. Das müssen wir machen. Das ist gar nicht so leicht, weil das so hinter mir herrollt. Sehr, sehr gut. Gib mal Slime Wand. Schieß mal ein bisschen. Das ist taktischer als Tarkov hier. Sehr gut. Axt, ja. Ah, sehr gut. Die hat eine gute Reichweite. Gold. Kann ich realistisch hier abhauen? Kann ich. Okay. Gib ihm. Nein. Oh, die halten richtig was aus, ne? Die Gepanzerten. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Im Leben. Oh, sehr gut. Gib mir mal Knoblau. Ah, da kriegen die Schaden, wenn die mir zu nahe kommen. Sehr schön. Das ist praktisch. Sehr schön, sehr schön. Komm, komm. Sammel auf, sammel auf. Was ist das da? Gib ihm. Oh. Oh, perfekt. Warte mal. Weapon Cooldowns 10. Rauf da, rauf da, rauf da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das wird was. Vorsicht. Schieß, schieß, schieß. Ja, 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 ja. Super. Der Balken füllt sich. Wir haben gleich wieder ein Upgrade. Ja, warte mal. Ich darf nicht zu nah, weil dann überrennen die mich, wenn ich plötzlich in diesem Menü bin. Sehr gut. Weiter geht's. Gib ihm, gib ihm. Hier rüber. Oh, da kommt die ganze Armee. Sehr schön. Weapon Damage. Okay. 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 Das ist die ganze Bande. Komm, 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 mach. Schieß, schieß. Sehr schön. Level 11. Wie weit werden wir kommen? Das Gefühl, das ist eine ganz gute Kombination aus Boni, die ich jetzt gerade habe. Der Raum ist ein bisschen klein hier, so ein bisschen auch schwierig mit dem Ding da in der Mitte. Oh, wie viele da sind. Da kommen Krokodile. Oh, 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 oh. Okay. Sollen wir immer noch Level 11? Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ähm. Boah, schaut mal, wie viele das sind. Was geht denn jetzt ab? Weiter, weiter, weiter. Oh, oh, oh. Wer ist er denn? Attractor. Please Damage. Riesenmann. Hau ab, Zyklop. Oh Gott. Oh, was hält er denn aus? Da, wo ich raus könnte, kommen die leider alle gerade her. Oh, oh, jetzt wird es knapp. Es wird sehr knapp. Sehr gut, sehr gut. Erstmal kurz zurückziehen. Level 13. Level 13. Oh. Zische, zische. Rot. Ähm. Ja. Oh, nochmal. Oh. Oh. Level 15. Oh, wir schaffen das leider. Wir spielen es heute durch. Sehr schön, sehr schön. Es läuft, es läuft. Mach sie fertig, mach sie fertig. Komm, komm. Sehr schön. Ja, das ist so ein richtiger Süchtigmacher, ne? Ich kann mir das richtig vorstellen. Das auf dem Handy. Und du vergisst auszusteigen bei deiner Station. Aber das ist schon ganz nett gemacht. Ich finde das ganz cool mit dem Slime so. Das sieht nett aus, diese Monster. Sehr simpel, das Ganze. Grafisch ist übrigens alles auf Maximum, falls man das nicht sieht. Nettes kleines Gelegenheitsspiel, so für zwischendurch. Oh. Amount filed won, ja. Dieses Prinzip mit diesen Steinen aufsammeln und dann leveln, finde ich ganz nett. So ein Bonus. Es werden aber immer mehr Feinde, die auch besser ausgerüstet sind. Machen sie fertig. Sammel, sammel, sammel. Können alles gebrauchen. Level 16, sehr gut. Oh, oh, oh. Yes. Was gibt's? Area, 100, ja, ist ja schon. Ah, perfekt. Doppelt so großes Projektil. Was mache ich mit meinem Leben? Keine Ahnung. Es läuft, es läuft. Da kommt die ganze Bande jetzt. Da kommt die ganze Bande jetzt. Müssen wir sammeln. Sehr gut. Weg mit euch. Oh, Gesundheit ist verdammt niedrig. Oh. Gib ihm. Ja, sehr schön, sehr schön. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Da ist mein Upgrade. Da, 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 da. Weg, weg, weg. Jetzt. Yes. Was gibt's? Cooldown amount fired. Ja. Wir müssen da rein. Ah, ich komm jetzt auch von der Rückseite. Ist das das beste Spiel, das ich heute gespielt hab? Ja. Ja. Oh, jetzt wird's aber lang dauern mit dem Upgrade. Ei, ei, ei. Sammel, sammel, sammel. Sammel. Level 18. Nein, fertig. Der, der ist gut gerüstet. Gib ihm. Sehr gut. Sehr schön, der Kleine. Super, super. Oh, oh. Oh. Ja, irgendwie macht's halt doch Spaß, ne? Aua. Nein. Sie haben mich. Ja, ich denk, es ist klar, was das für ein Spiel ist. Ähm, die Demos, die ich ausgewählt habe, hab ich einfach nur anhand der Bilder und Titel gewählt. Ähm. Aber macht Spaß. Also für so ein Zwischendurch-Gelegenheitsspiel ist das auf jeden Fall was, was man spielen kann. So, mehr hab ich nicht zu sagen. Macht Spaß. Macht's süchtig. Viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Ciao.